Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Excel Bereiche über mehrere Tabellen summieren könnt. Das einfache Summieren, davon gehe ich jetzt mal aus, kennt ihr wahrscheinlich schon. Falls noch nicht, schaut euch das Video an, was jetzt oben eingeblendet wird. Da ist ein Link, klickt einfach rauf, dann lernt ihr noch ein paar Sachen dazu. Und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr einzelne Zellen oder Zellbereiche summieren könnt. Und zwar über mehrere Tabellen hinweg, die ich jetzt gleich noch anlegen werde. Und Tabellen, die ihr zum Beispiel noch dazwischen packt, die werden automatisch dann berücksichtigt. Starten wir am besten auch gleich mal durch. Um das besser verständlich zu machen, werde ich erstmal ein paar Tabellen anlegen. Über so ein Pluszeichen werde ich noch zwei hinzufügen, das heißt ich klicke einmal rauf, dann klicke ich nochmal rauf. Und ich werde das mal so machen, dass ich Tabelle 1 in Januar umbenenne, das heißt mit einem Doppelklick, zack, einfach raufgeklickt. Und dann schreibe ich mal Januar. Bei Tabelle 2 klicke ich auch mal doppelt drauf und schreibe mal Dezember. Wir wollen nämlich dazwischen nachher noch ein paar Tabellen reinsetzen, die dann automatisch bei der Berechnung berücksichtigt werden. Tabelle 3 mit einem Doppelklick nenne ich mal jetzt Gesamt. Na, richtig schreiben. Gesamt. Enter gedrückt und fertig. So, ich werde das mal alles jetzt ein bisschen vergrößern. Ich glaube 400% ist eigentlich hier für alles gut sichtbar. Das ist glaube ich auch noch zu klein, genau. Und Januar war ja schon groß genug. So, ich trage erstmal in Zelle A1 was ein. In A1 meinetwegen. Und in Dezember ebenfalls in Zelle A1 100. Drücke Enter. Und bei Gesamt muss ja jetzt dann gleich 101 rauskommen. Ich klicke auf Gesamt und wie man das normalerweise machen würde, wenn man diese Möglichkeit jetzt noch nicht kennt, die ich gleich zeige, dann würde man wahrscheinlich ein gleicher Zeichen eintragen, dann auf Januar gehen, auf diese Zelle klicken, A1. Zack, ihr seht ihr hier steht ja schon gleich Januar, weil wir uns auf diesem Tabellenblatt Januar befinden. Oder das Ausrufezeichen ist ja so ein Separator zwischen Tabellenblatt und Zelle. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufklicke, dann steht hier A1. Das Ganze plus dann Dezember und ebenfalls Zelle A1. Zack, wenn ich jetzt Enter drücke, zack, wird das Ganze berücksichtigt. Ihr seht, in Gesamt steht jetzt 101. Ich klicke hier nochmal doppelt drauf. So sieht das momentan aus. Gleich Januar, Ausrufezeichen, Separator halt zwischen Tabellenblatt, was hier unten steht, und der Zelle A1 plus Dezember, also Tabellenblatt Dezember, Tabellenblatt Dezember und der Zelle A1. Funktioniert hervorragend. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt für Februar, März, April und so weiter weitere Tabellen hinzufügen, dann müssten wir jedes Mal diese Formel ändern. Macht natürlich gar keinen Sinn oder einfach viel zu viel Arbeit. Und was wir nur machen müssen ist, ich lösche das mal ganz kurz, und zwar einfach mit der Escape-Taste raus aus dem Bearbeitungsbereich, dann die Entferntaste gedrückt. Und was will ich machen? Ich will das Ganze summieren. Das heißt, ich gebe als erstes mal ein gleicher Zeichen ein, schreibe Summe, Klammer auf, und jetzt wähle ich mir wieder die Tabellen aus und die Bezüge dazu. Also das entsprechende Tabellenblatt ausgewählt. Das heißt, ich gehe auf Januar, klicke auf die Zelle A1, und diesmal drücke ich die Shift-Taste, also die Großschreibtaste, hier rauf geklickt. Dann gehe ich auf Dezember, und ihr seht schon, jetzt haben wir einen Eintrag bekommen in Hochkomma Januar bis Dezember für die Zelle A1. Klammer zu, zack, Enter gedrückt, und schon bekommen wir das korrekte Ergebnis. Ich klicke hier mal doppelt drauf, damit man das besser sehen kann. Das heißt, gleich Summe, dann der Bereich Januar bis Dezember und die Zelle A1. So einfach ist das. Cool ist, wir können jetzt zum Beispiel mit einem Plus-Symbol eine neue Tabelle hinzufügen. Ich muss jetzt mal kurz raus mit Escape wieder. Zack, einfach mal Plus gedrückt. Dann schreibe ich mal Februar hier rein, also auch mit einem Doppelklick den Tabellennamen ändern. Februar, Enter gedrückt, und ich mache das auch mal ein bisschen größer hier. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel 1000 eintrage, oder nehmen wir mal 10.000, und drücke Enter, werden wir das Ergebnis momentan noch nicht sehen. Also zumindest wird das Ergebnis hier nicht mit berücksichtigt. Das heißt, ich drücke Enter, wir gehen auf Gesamt, und wir sehen, gleiche Ergebnis wie vorher. Wichtig ist, dass wirklich diese Tabelle dazwischen liegt, weil wir haben ja einen Bereich angegeben von Januar bis Dezember. Alles, was dazwischen liegt, wird mit berücksichtigt. Das heißt, der Februar hier mit seiner 10.000, der muss auch dazwischen liegen. Das heißt, ich verschiebe den einfach mit der linken gedrückten Maustaste zwischen Januar und Februar. Quatsch, Januar und Dezember. Und wenn wir jetzt auf Gesamt gehen, wird das mit berücksichtigt. Das gleiche können wir übrigens mit einem Bereich genauso machen. Das heißt, wenn wir die Formel jetzt entsprechend anpassen wollen, ja, gehen wir wieder auf Gesamt, klicken hier doppelt drauf. Und jetzt können wir zum Beispiel den Bereich so abändern, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur die eine Zelle A1 haben von jedem Tabellenblatt, sondern zum Beispiel einen ganzen Bereich. Also zum Beispiel A1 bis, also mit einem Doppelpunkt, bis A10 beispielsweise. Kann natürlich noch viel, viel größer sein. Ich drücke Enter. Wir bekommen das gleiche Ergebnis. Aber das Coole ist, wenn ich jetzt im Januar zum Beispiel hier unten in dieser Zelle etwas eintrage, dann wird das ebenfalls mit im Gesamtergebnis berücksichtigt. Ich klicke rauf, zack. Und ihr seht, das funktioniert. Genauso das mit Februar. Genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein paar Mal was eintrage und wir gehen auf Gesamt, dann sehen wir, das Ganze funktioniert. Also ihr müsst jetzt nicht die Formel jedes Mal anpassen mit Plus, März, Plus, Blablabla, sondern ihr könnt einfach neue Tabellen erstellen und die dazwischen schieben. Wichtig ist allerdings natürlich, dass ihr darauf achtet, dass auch in den einzelnen Zellen die Ergebnisse oder zumindest die Zahlen, die ihr wirklich berechnen wollt, auch in den entsprechenden Zellen auch wirklich vorhanden sind. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial etwas anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wieder immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.